Hallo, in diesem Hardtutorial zeige ich euch, wie ihr sehr schnell und einfach diese schöne Frisur machen könnt. Sie ist ruckzuck gleich fertig. Nähmt die Haare am Oberkopf zu einem Zopf zusammen. Teilt die restlichen Haare in zwei Hälften. Zieht dann eine Haarhälfte durch den Zopf durch. Macht das gleiche mit der anderen Haarhälfte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man kann der Frisur auch mehr Volumen verleihen. Wenn man die Frisur noch mit schönen Haaraccessoires schmückt, dann ist es eine tolle Ausgehfrisur. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Musik